Hallo Sportfanatiker und herzlich willkommen auf unserem Kanal M&M Sports. In diesem Video geht es um das allererste Bundesligaspiel, das am Freitag um 20.30 Uhr stattfinden wird. Der Schlager FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Ja, so ist es. Zum Auftakt der Bundesliga kommt es gleich zum Schlager FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Was man noch erwähnen muss, was war das für ein Spiel von FC Bayern München gegen RB Leipzig? Musiala, einer der besten Akteure am Platz, wurde nach 16 Minuten ausgewechselt und war von 3 von 5 Toren beteiligt. Eins hat er selbst geschossen. Dass er gegen Frankfurt spielen wird, steht glaube ich außer Frage. Was aber noch zu erwähnen wäre, Matthij Stel könnte gegen Frankfurt schon zum Zug kommen. Im Training hat man schon seine Veranlagung gesehen. Sehr starkes Dribbling. Traut sich was zu, lobt der Nagelsmann, den 17-Jährigen. Und auch Oliver Kahn sagte, dass der 17-Jährige trainiere unglaublich gut, so gut, dass sie sich keine Mittelstürmer mehr besorgen werden. Es gebe keine Diskussion um einen neuen Neuner. Also könnte der 17-Jährige gegen Eintracht Frankfurt zu seinem Debüt kommen. Ja, Matthij Stel konnte ja gegen RB noch nicht mitwirken. Aber jetzt bekommt er ganz sicher seine Chance. Wir beide sind wirklich gespannt, was wir von diesem Jungen in diesem Spiel sehen werden. Kommen wir zu Eintracht Frankfurt. Der Europapokal-Gewinner. Mittlerweile kennt ganz Europa diese Mannschaft. Was war das für eine tolle Europa-League-Saison. Wirklich toller, offensiver Mannschaftsfußball. Wenn Frankfurt diesen Fußball in der Bundesliga umsetzt, wie in der letzten Europa-League-Saison, dann darf keine Mannschaft in der Bundesliga sie unterschätzen. Dann können sie ganz vorne mitspielen. Für mich ist Frankfurt mit Abstand einer der besten Mannschaften in der Bundesliga, was den Team-Spirit betrifft. Sie sind wirklich eine sehr, sehr starke Einheit. Was aber diese Mannschaft noch sehr stark macht, da sind ihre Fans. Man konnte es auch in der Europa-League sehen, wie gut die Fans diese Mannschaft pushen kann. Und das kann natürlich auch ein großer Faktor gegen Bayern sein, da sie ja im eigenen Heimstadium spielen. Vor allem auf einen neuen Spieler bei Eintracht können wir uns freuen. Ein ganz bekannter Spieler aus der Bundesliga. Ein Wiederkehrer, Mario Götze. Wieder zurück in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt, der ja wirklich eine tolle Saison bei PSV Eindhoven hatte. Man konnte schon in den Testspielen bei Eintracht sehen, dass Mario Götze so dieser Freigeist ist, der wirklich sehr viele Freiheiten von Glasner, dem Trainer, bekommt. Ich bin wirklich gespannt, wie Mario Götze im ersten Spiel in der Bundesliga auftreten wird. Ein anderer Spieler noch von Eintracht, der auch noch im Fokus steht, ist Daichi Kamada, der Japaner. Hat ja im letzten Spiel im DVB-Pokal zwei Tore geschossen. Auf ihn muss auf jeden Fall der Bayern Acht nehmen. Ich denke auf jeden Fall, Oliver Glasner hat die Eintracht für dieses Spiel sich sicher super vorbereitet und sie richtig darauf eingestellt. Ja, was noch zu erwähnen wäre, wir werden sehen, wie Eintracht Frankfurt fokussiert in dieses Spiel hineingehen wird. Man darf ja auch nicht vergessen, am Mikrofon findet ja auch der UEFA Supercup statt gegen Real Madrid. Da wird die Mannschaft natürlich total fokussiert darauf sein. Und meiner Meinung nach glaube ich, dass es ein ziemlich spannendes Spiel wird. Aber ich sehe leichte Vorteile für FC Bayern München, denn ich glaube trotzdem, dass Eintracht Frankfurt viel mehr fokussiert ist auf den Supercup gegen Real Madrid. Deswegen sehe ich es so, dass FC Bayern München das Spiel knapp 2 zu 1 gewinnen wird. Ja, der FC Bayern München ist auf jeden Fall in diesem Spiel der Favorit. Ich glaube, das ist jedem ganz klar. Vor allem, wenn der FC Bayern München so spielt, wie gegen den RB Leipzig im Cup, die ersten 45 Minuten, dann ist es für mich eine ganz klare Sache, dass Bayern München dieses Spiel gewinnen wird. Daher sage ich auch, Bayern gewinnt dieses Spiel 3 zu 1. So, das war es mit unserer Prognose zum ersten Spiel der deutschen Bundesliga, der Kracher FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Wenn euch das Video gefällt, lasst doch bitte ein Abo da und einen Daumen nach oben, wir würden uns natürlich sehr freuen. Ihr könnt uns auch in den Kommentaren schreiben, was ihr glaubt, wie das Spiel ausgehen wird, ob FC Bayern München oder Eintracht Frankfurt doch gewinnt. Und hiermit sage ich, M&M Sports wie immer. Ciao und bis zum nächsten Mal.